Musik In den Städten und Dörfern des Saarlandes fanden die Wahlen für die Zusammensetzung des Beirats der neu errichteten Arbeitskammer statt. Das war 1952. Die Arbeitskammer war ein Jahr zuvor vom Landtag als öffentlich-rechtliche Vertretung der Arbeiter und Angestellten beschlossen worden. Bis heute fast einmalig in Deutschland. Nur Bremen hat ein ähnliches Modell. Noch im gleichen Jahr werden erste Lehrgänge zu Arbeitsrecht, Betriebswirtschaft oder Sozialversicherung angeboten. Tagungsort seit 1956, das eigene Schulungsheim in Kirkel, das bis heute Bestand hat. Ziel der Arbeitskammer? Mit Fortbildung die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeitnehmer verbessern. Finanziert wird das alles durch Mitgliedsbeiträge, zeigt schon ein Beitrag des SR aus den 60er Jahren. 0,15 Prozent vom monatlichen Brutto, die direkt vom Arbeitgeber abgezogen werden. Sogar ein eigenes Ferienwerk gehörte bis 1998 zur Arbeitskammer mit kammer-eigenen Feriendörfern im Allgäu, Österreich oder ganz exotisch auf Elba. Viele heute selbstverständliche Arbeitnehmerrechte sind mit Hilfe der Arbeitskammer in Landesgesetze umgesetzt worden. Zum Beispiel der Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub. Die Kammer informiert, berät und unterstützt auch bei Steuererklärung oder mit Rechtsberatung. Heute in einem großen Beratungszentrum mitten in Saarbrücken. Gesetzliche Grundlage seit 1992, das neue Arbeitskammergesetz, das ihre Aufgaben noch erweitert. Seitdem informiert und berät sie unter anderem in Verbraucherfragen, bei der Gleichberechtigung oder der Integration von Ausländerinnen und Ausländern.